Borussia Dortmund hat im Hinspiel des Champions League Achtelfinales 1 zu 1 bei PSW Eindhoven gespielt und aktuell wird vor allem über die Elfmeterentscheidung gegen den BVB gesprochen, die auch meiner Meinung nach klar falsch war. Aber dennoch bzw. gerade deswegen kommt mir so ein bisschen zu kurz, wie schwach wieder einmal die Leistung von den Dortmundern war, vor allem hinten raus und darüber möchte ich heute mal sprechen. Zunächst einmal hat zu Beginn Dortmund in einem 4-1 aufgebaut, also im Tiefenaufbau. Da macht man es ja meist in der regulären Formation mit einem 4-2 mit Sabitzer neben Can. Heute war es ein 4-1 Aufbau, aber vor allem auch deswegen, weil man häufig den langen Ball gewählt hat und somit hast du mit Sabitzer weiter vorne dann halt einen weiteren Spieler, mit dem du auf zweite Bälle gehen kannst. Falls Füllkrug den Ball nicht direkt festmachen kann, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass du da im Ballbesitz bleibst. Die PSW hat es natürlich auch gut zugestellt, wie wir hier sehen. Dennoch weiß ich nicht, ob das der spielerische Anspruch von Dortmund sein soll. Klar, immer mal wieder hat man es geschafft, sich auch spielerisch zu befreien und vor allem dann wurde man auch gefährlich vorne. Deswegen finde ich ein bisschen fraglich, warum man das so selten versucht. Und wenn man das Pressing überspielt hat, ist man dann auch in die zuletzt praktizierte Formation im Ballbesitz übergegangen, wo dann Can in die Innenverteidigung zurückfällt, Marzen invers einrückt neben Sabitzer, Rierson rechts hoch schiebt, Marlon in den rechten Halbraum geht, Reus in den linken Halbraum und links außen dann eben Jadon Sancho an dem Tag, der aber auch kein allzu gutes Spiel gemacht hat. Und die PSW hat es dann tatsächlich, wenn das der Fall war, in einem 5-4-1 verteidigt. Und zwar ist der nominelle 6er-Fährmann in diesem Spiel dann auch in die letzte Kette gefallen, damit man da immer gut an Füllkrug dran war und auch nicht überladen wurde auf einer Seite, weil man dann eben ein 5 gegen 5 hatte. Im weiteren Verlauf hat es der BVB dann umgestellt, wie wir hier sehen können, wieder auf einen regulären 4-2-Aufbau. Aber wie vorhin schon gesagt, haben sie vor allem gegen Ende des Spiels den Faden komplett verloren und wirklich geholfen hat das jetzt auch nicht. Was ich wiederum loben möchte und das ist nur eins der wenigen Sachen auf BVB Seite, ist das situative hohe Pressing, wie wir es hier sehen können. Da hat man gut attackiert, gut zugestellt. Und sobald das der Fall war, war es tatsächlich so, dass die PSW sich gar nicht mal gut befreien konnte. Wenn man es überspielt hat, konnte man sich dennoch wieder gut hinter den Ball bringen, sodass da keine Chancen daraus resultiert sind. Die Chancen der PSW, die auf jeden Fall besser waren wie die vom BVB, kamen vor allem dann, wenn Dortmund in einem Mittelfeld- bzw. Abwehrpressing war, also wenn man eher tiefer stand, vorne nicht so draufgegangen ist, weil man dann deutlich passiver wurde, was sich mir nicht wirklich erschlossen hat. Und da konnte die PSW sich einfach echt gut durchspielen. Die machen es natürlich auch gut, da kommen wir jetzt zu. Die haben viele Rotationen und so weiter. Wir sehen jetzt hier mal ihre Struktur im Ballbesitz. Es ist ein klares 4-3-3, aber da sind wirklich alle Spieler frei in ihren Bewegungen, wo sie sich hinbewegen können. Man muss halt einfach gewisse Räume besetzen und der BVB hingegen verteidigt es in einem 4-4-2. Relativ kompakt, wie wir hier sehen. Das waren jetzt beide Szenen, in denen es der BVB eigentlich recht geordnet verteidigt hat. Hier hingegen haben wir eine typische Szene von der PSW. Wir haben einmal defensiv der Innenverteidiger Srauten. In dem Spiel normalerweise spielt er ja eigentlich auch 6er. Rückt so ein bisschen vor, sodass Buscali der letzte Mann hinten ist. Dann ist Srauten eben auf einer Höhe mit 6er-Fährmann. Die haben so ein bisschen das Spiel aufgebaut da und wurden hier auch nicht allzu arg unter Druck gesetzt, weil die vielen Spieler vorne, die Dortmunder gebunden haben, die 2-4er-Ketten, die man da hatte, dementsprechend hatten die da relativ viel Platz, um die Pässe vorne reinzuspielen. Auf die vielen Offensivspieler, die sich natürlich auch gut bewegt haben, gut gelöst haben, viel rotiert sind. Und wir haben hier auch die 2-3-Ecke aus Achter, Flügel und Außenverteidiger, sowohl links als auch rechts. Die haben da oft rotiert und so weiter. Zudem hast du vorne drin den klaren Zielspieler mit De Jong, der laut Prime ja kein Faktor war, aber einfach enorm wichtig ist, indem er Gegenspieler bindet. Zum Beispiel bei der eigenen Chance von Bakayoko, aber auch in dem Fall bindet er Emre Can und der fehlt dann eben auch im Mittelfeld. Somit erschließt sich der PSW mehr Raum im Mittelfeld, da da nur 3 Mann vom BVB sind. Und ich habe hier noch eine Szene und wir haben hier wieder die 3 Aufbauspieler mit Buscali als letzten Mann, dann Srauten ein bisschen aufgerückt als Innenverteidiger und Joey Fährmann. Die waren eigentlich immer gesetzt, dass sie sich genau so positioniert haben. Die restlichen 7 Spieler waren eigentlich extrem frei. Wir haben die hier alle vorne drin. Das sind auch enorm viele, die viele Dortmunder binden. Und das hat auch in dem Bild für extreme Unsortiertheit, für eine extreme Unordnung beim BVB gegen den Ball gesorgt. Was Chancen angeht, ist hieraus die erste Halbchance entstanden. Da sieht man, dass es der BVB extrem kompakt macht. Die PSW hat aber die Flügel immer extrem breit positioniert, beziehungsweise nicht mal die Flügel. Der hat er halt in dem Moment den Flügel besetzt. In dem Fall geht der Ball raus. Lozano hat viel Platz, bringt die Flanke auf De Jong, der nicht so wirklich drankommt. Aber wir haben auch große Chancen. Da ist es wieder einmal das Rauten im Mittelfeld. Mit klares Muster, wie ich es gerade gesagt habe. Der BVB hier immerhin mal in einem geordneten 4-4-2. Dennoch, wie gesagt, extrem passiv, wodurch die PSW sich dann einfach durchkombinieren kann. In dem Fall der Ball auf De Jong, der als Wandspieler den Ball einfach klatschen lässt. In den Lauf von Tillman, der dann durch ist und eigentlich eine fast 100%ige hat, aber dann eben vergibt. Aber ich kann ja jetzt nicht alle schlecht reden. Der BVB ging ja schließlich auch in Führung. Da war es ein guter Ballgewinn von Emre Can, den ich hier an der Stelle einmal loben muss, aber gleich noch komplett zerstören werde. Dann kommt der Ball auf Füllkrug, der eben als Zielspieler den gut festmacht, weil auch Fährmann noch nicht in der letzten Kette ist, um da zu helfen zu verteidigen. Was ja auch nicht unbedingt seine beste Disziplin ist, ist eigentlich eher ein Achter wie ein Sechser. Füllkrug legt ab, Sabitzer zu Mahlen. Der Abschluss ist dann natürlich glücklich abgefälscht, aber dennoch eine recht gute Kombination, was auch wieder zeigt, der BVB war vor allem nach Ballgewinnen gefährlich und nicht unbedingt aus dem eigenen Positionsspiel heraus. Beziehungsweise wenn, dann nur wenn man die Gegner schnell überspielen konnte und die PSW dann dementsprechend noch nicht geordnet war. Dann kommen wir natürlich auch noch zum Elfmeter. Ich will ja nicht inhaltlich über die Entscheidung diskutieren. Dass es eigentlich kein Elfmeter sein sollte, ist glaube ich allen klar. Mir geht es hier vielmehr um die Entstehung, denn das hätte man auch einfach verteidigen können. Da war es wieder, dass man im Mittelfeldpressing verteidigt hat, wurde leicht überspielt über den linken Flügel von PSW und dann ist es ein Emre Can, der einfach nebenher trabt, der hier klar einen Gegenspieler vor sich hat, ihn aber einfach nicht aufnimmt. Mit Tillman, der dann letztendlich den Elfmeter herausholt. Klar glücklich, aber man hätte es auch definitiv verhindern können. Sei es mit Emre Can, der hier einfach seinen Mann aufnimmt oder schon vorhin, dass man im Pressing ein bisschen aktiver agiert und nicht so passiv, weil da wurde man einfach so oft überspielt. Dann noch eine Szene von Emre Can, zu dem ich sagen muss, eigentlich ist ja klar, dass er mit dem Ball nicht seine Stärken hat, aber wenigstens gegen den Ball gut arbeitet und ein defensiver Abräumer ist. Aber das war er in dem Spiel auch überhaupt nicht. Das war ein Katastrophenspiel. Er war mit Ball fast noch besser wie gegen den Ball, weil er einfach solche Szenen hatte. Hier eröffnet einfach den Passweg von These auf Saibari, steht nicht im Weg, steht einfach irgendwo im Nirgendwo. Ich meine, den anderen Pass stellt schon Sancho zu und dann ist der Pass gespielt und er beschwert sich erstmal bei seiner Hintermannschaft, dass keiner bei Saibari ist, obwohl eigentlich er den Pass zustellen müsste. Und dann hat Saibari eben eine freie Schussbahn, setzt ihn drüber, aber war auch wieder eine gefährliche Chance. Und hier noch eine Szene, da kommt der Ball von Schlotterbeck. Emre Can muss aufdrehen, er hat da massig Platz. Was macht er? Er dreht sich nach hinten auf in den Gegenspieler. Ja, kann natürlich passieren, aber auf dem Niveau ist es für einen Sechser, für den BVB natürlich nicht unbedingt das nötige Niveau. Ich habe mich oft gegen die Can-Kritik gewehrt, aber in dem Spiel ist es nicht möglich, da hat er den BVB schon daran gehindert, ein besseres Spiel abzuliefern. Und zuletzt möchte ich einfach mal noch fragen, was das eigentlich für Wechsel waren. Ich meine, du spielst hier auswärts bei der PSW, es steht 1 zu 1, da ist schon noch was drin, nach vorne hin. Aber, dass man dann so defensiv wechselt, dass man nur noch das Ergebnis absichern will, finde ich jetzt nicht unbedingt verständlich. Hier haben wir ja wieder das 4-4-2 gegen den Ball. Letztendlich war dann Wolf der linke Flügel, rechts hattest du Brandt und vorne drin hattest du Sabitzer und Mokoko. Also eigentlich fast nur einen wirklichen Offensivspieler mit Mokoko, der Rest schon eher dafür da, das Ergebnis abzusichern. Finde ich ein bisschen fragwürdig, bei dem Spielstand schon das so abzusichern. Vor allem wäre ja was drin gewesen, so hat man sich ein bisschen einfach seiner eigenen Stärken beraubt. Aber gut, immerhin das Ergebnis stimmt, würde ich sagen. Also das ist definitiv keine schlechte Ausgangslage, aber spielerisch ist es schon so, dass man der PSW klar unterlegt. Die haben jetzt nicht die ganz krassen Hochkaräter rausgespielt, aber mit den Ansätzen, die sie hatten und wie es der BVB verteidigt hat, wäre da schon deutlich mehr drin gewesen. Und im Rückspiel muss man da definitiv anders auftreten vor eigenem Publikum. Ich drücke dem BVB auf jeden Fall die Daumen, auch wenn man spielerisch klar die schlechtere Mannschaft ist. Die bessere Qualität hat man wahrscheinlich dennoch, deswegen hoffe ich aus deutscher Sicht, dass man sich durchsetzen kann. Aber was sagt ihr? Schreibt gerne eure Meinung zum Hinspiel oder auch zum Rückspiel dann in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao! Oh!